Du kannst mich nicht hören und du kannst mich kaum sehen. Aber guck, guck! Die hat total geweint und geweint und geweint. Aber soll man machen? Wenn es nicht passt, dann passt es nicht, oder Günther? Meine Probleme, weil du kannst dich selber befruchten. Aber manche Leute brauchen einen Papen. So ist es halt als Homo Sapiens. Oh, war das dein Penis? Entschuldigung. Ja, ja, du feini Mops, Mops. Günther, lass bitte los.